hallo meine freunde und herzlich willkommen ich wünsche euch einen absolut supergeil romantischen rammontischen abend tatsächlich muss man sagen hier mit schönem rammontischen licht ja der greenscreen ist tatsächlich auch mal wieder aus damit die komplette rammontik vorhanden ist denn heute kommen die patch notes 8.20 raus ich komme gerade vom sport heute muss ich tatsächlich sagen war ein tag ich hatte sehr sehr wenig energie beim sport aber ich war beim sport ich denke das ist immer noch was sehr sehr gutes ja wir kommen deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen verwuschelt aus hier ja wir kommen heute zu den patch 8.20 wie bereits erwähnt und man muss direkt sagen eigentlich hatte ich vor dieses video zu schneiden aber es ist so unglaublich wenig also ich mag es ja wenn richtig viel fleisch richtig viel materie dran ist an den patches viele sind immer so die sagen ja da muss lieber gar nichts ändern alles so wie es ist soll bleiben damit keiner sich irgendwie auf den schlips getreten fühlt oder so bei mir ist es so ich habe gerne viele erinnerungen das macht richtig bock wenn ständig rotiert neue champions und so weiter also naja also neue champions gespielt werden andere champions gespielt werden ja was wir als erstes haben ist natürlich es real der wird ein bisschen geändert ich muss mir sagen holy shit mit dem es real in anführungsstrichen rework habe ich mich unglaublich wenig beschäftigt das einzige was ich dazu getan habe ist dass ich mir sein video ganz am anfang angesehen habe ja was wurde ja geändert es wurde ja nur seine wege ändert und hier muss ich mich grundsätzlich fragen erstmal das sind jetzt spekulation ihr könnt ja gerne hier ein bisschen unter dem video das heißt wir haben dann wenigstens ein bisschen zum talken ich denke mir doch vielleicht in anderen videos schon darüber informationen erhalten aber ich denke einfach mal abs wird dadurch schwieriger zu spielen sein weil es wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu treffen ist das alte konnte man immer super easy auf den gegner drauf bringen vielleicht ist auch genauso gut ich kann es wirklich schlecht sagen ich habe mich nur gefragt gerade für den ads wird diese variante halt deutlich besser sein und deswegen müsste man auch seine anderen spells nerven ja weil sonst würde er mehr damage dazu bekommen und ihn in balance machen und da sehen wir auch direkt mystic shot wird hier um 0,1 ap reduziert jetzt ist natürlich die frage ob das ja ist es halt nur die ab nur das abys gang runter gesetzt worden ob jetzt der ad es real insgesamt stärker wird also laut meiner theorie wäre das der fall aber da könnt ihr ja gerne wirklich droppen ich muss mich da tatsächlich enthalten wo ich mir nicht enthalten kann oder muss ist ari denn ari ist aktuell super strong kommt auf die 53 prozent winrate und wird gerade auch sehr sehr viel auf diesen korean ari bild gespielt das heißt mit glacial augment mit diesem einfrier also diese geister und das einfrier item diesen ja nicht dieses loon sondern dieser glp hex tech und dadurch ja ist sie einfach extrem nützlich auch andere item bild sind bei ihr gut das heißt ari allgemein seitdem sie immer mal wieder kleine basverhalten hat super super stark und deswegen wird jetzt ein bisschen genervt hier muss man auf jeden fall sagen 20 sekunden im early game drauf das ist erstmal also eine ultimate sollte im schnitt so wie ihre ultimate 120 sekunden cooldown haben das heißt jetzt mit 130 kommt sie eigentlich echt noch gut davon und das nervt auf jeden fall vor allem den korean ari bild weil diese natürlich diese rune mitnimmt die rote das weniger item cooldown drauf ist das heißt die normalen aries und vielleicht ist das jetzt dann wieder auch ein bisschen mehr der trend die sowieso ultimate hunter mitnehmen haben sowieso nicht ganz so viel cooldown und im late game ist das dann wieder gleich wie ihr seht kommt jetzt eveline als nächsten champion den ich sehr sehr gerne spiele und eveline muss man sagen leidet in diesem patch ein bisschen und hier freue ich mich wirklich muss man unbedingt eveline nerven eveline ist ein champion ja klar ich kann mir vorstellen dass einige von euch sie hassen gerade in tiefer elo ist die sehr sehr eklig ja je höher du mit ihr kommt umso schwieriger wird das ganze die frage die ich mich aber hier frage ist also ari hat 53 prozent winrate ab 53 prozent ist ein champion wirklich extrem stark eveline hat 51 prozent und 51 prozent ist in meinen augen komplett gebalanced gut gebalanced champion weiß jetzt nicht ob man da unbedingt die nerfstelle raushauen muss denn das tut ziemlich weh was hier passiert 20 damage auf den verbesserten empowerten wie plash im early game late game gleich und 25 normaler damage und 50 execute damage auf der ultimate also nicht beides zusammengerechnet ist ja also entweder das oder das je nachdem wie viel hp der gegner hat und da kommt gleich noch was dazu das kann ich schon mal in dieser sache spoilern aber die frage oder das problem ist bei wie plash einfach ich mag es immer die q als erstes und die richtig krassen avalanche spieler maxen auch die w als zweites naja viele es gibt auch eine die maxen die als zweites aber ja ist eigentlich nicht so geil weil warum im e maxen da kriegt ihr nur 20 damage dazu jetzt werden es 25 der mensch ihr dazu bekommt ist vielleicht also etwas mehr worth das ganze kann man jetzt also darüber nachdenken ob das sinn macht wenn man weiterhin die er als letztes max dann hat man halt bis ins late game diese minus 20 der mensch was definitiv nicht so geil ist dann haben wir graves graves zu nerven ist absolut cool denn graves ist einfach super strong der tut klick den jungle ohne hp zu verlieren der tut klärt deine teammates ohne hp zu verlieren und also was sie an graves ich finde seine granate die seit über giga mega brauchen naja schießt das ding auf dich 50 prozent movement speed weg gg hier haben wir irgendeinen bug mit jinn und dann geht es weiter mit nami bei nami wird ab und flow ihr hier genervt aber wirklich nur der hier hat das heißt sie macht den gleichen schaden gegen champions allerdings hat er hier jetzt weniger das heißt im early game klar fünf ist nicht so viel aber später von 185 auf 160 damit sie halt gerade ja nicht so sie ist halt ein champion sie kann aggressiv spielen aber auch defensiv spielen und das ist halt immer ein sehr sehr schwieriges thema muss man definitiv sagen als erstes haben wir seien seien verliert ein bisschen base stats ich meine klar wenn man sieht gerade seien auch was worlds angeht oder competitive da ist er immer er ist nicht pick oder bann also pick oder pick eigentlich also seon wird eigentlich fast immer gepickt auf der top lane super safe geiler engaged ultra tanky hcc alles was du brauchst toller champion und seine ulti hat einen cooldown von 40 sekunden im late game und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten punkt da kauf ist und das meinte ich mit evelyn das heißt auch hier fehlt jetzt wieder schaden 20 damage auf der kauf ist im early game und auch im late game und das lässt mein herz wirklich schmerzen denn zum einen nervt das meinen kein den ich ganz gerne spiele mit der kauf ist zum anderen nervt das überhaupt also ich muss sagen da kam es war schon immer meine ruhe auch damals wo alle lektik gespielt haben habe ich immer super gerne der kauf ist gespielt und eine rune die halt late game ist im early game noch mal schwächer zu machen um 20 der match das tut halt unglaublich weh im late game diese 20 sind jetzt nicht so krass muss man sagen also aber im early game tut das halt wirklich wirklich weh weil du hast sowieso schon diesen trade auf dass du sagst dass ein schlechtes early game und das wird jetzt halt noch schlechter dadurch muss man sagen wird electrocute jetzt wieder interessanter gerade im jungle wald ist ja auch wieder genervt wurde das heißt es könnte sein dass die ein oder anderen jungle champs jetzt wieder auf electrocute umsteigen bin mir aber nicht sicher ob das wirklich der fall ist ansonsten ja wenn das so weitergeht muss man halt einfach überlegen ob man auf dauer vielleicht sogar auf andere spells umsteigt ja ich sehe schon kommen leute demnächst kommt der akana komet karsix in die midland zum ganken ja und dann kriegt er diesen kometen dafür 300 der mits bei seinem full ad karsix ins gesicht geflogen wäre auch mal ganz lustig weiß man ja nicht er war vielleicht wird man ja auf dauer auf press die attack auf einigen champions dann umsteigen bei karsix halt wahrscheinlich eher nicht aber ja mal sehen man guckt ja immer nach alternativen so war es ja auch bei electrocute ja es kann sein dass zum beispiel jetzt predator interessanter wird wenn eine dacavis genervt wird wenn electrocute genervt wird bald spielen vielleicht alle predator dacavis äh predator karsix das könnte halt legend sinn machen könnte ja hier haben wir noch irgendwie ne irgendein kram da kommt noch neue skins infernal amomo ich glaube der kommt auch mit komas raus das heißt er hat einmal so pink geflammen oder sowas dragon trainer heimat dinger und hextech malzer ja hier sehen wir unten so ein bisschen die komas die sehen ganz nett aus eigentlich ja der hier erinnert mich so ein bisschen an ww so ein teufelsfeuer hier so ein pinkes feuer lila das hier ist pink meine freunde das hier ist lila für alle die da musste ich mich mal irgendwann auseinandersetzen in meinem leben ansonsten wobei und rosa ist halt noch mal einen tacken hell als das also das hier ist schon so rosa pink das ist ja also ist eigentlich eigentlich ist das das hier oben okay passt auf leute das hier ist lila das da ist lila da oben das hier ist pink und das ist rosa das hier ist so lachs oder so keine ahnung das hier ist terracotta ach was weiß ich was das alles ist das ist ein pinguin so ja ihr seht der patch ist super super gering deswegen sind wir hier an der stelle auch schon durch mit dem ganzen ich bin gerade übelst am überlegen ich wollte gerne diese woche oder so zum wochenende nennen champion guide wieder rausbringen die frage ist nur was für ein champion würdet ihr euch gerne wünschen könnt ihr gerne mal in den kommentaren schreiben am besten schreibt ihr nicht 500 mal garen sondern einer schreibt garen und dann liked das ganze einfach es wird kein ultra langer guide also in 10 12 15 minuten ding es wird auch kein artic carry oder irgendwelche champs ich nicht spiele also eher was was ich aktuell wirklich spiele was ich kann na ja wo ich so ein bisschen natürlich das ganze authentisch rüberbringen kann könnt ihr gerne mal droppen was ihr von dem ganzen so haltet und ich werde jetzt das video ausmachen damit wir nicht mehr auf die 10 minuten kommen ich wünsche euch einen wunderschönen abend auf wiedersehen und tschüssi kowski und